Mit der Stau wegen eines Unfalles in der Bausche. Die Stau wegen eines Unfalles in der Bausche fuhlt zwischen Schiersteiner Kreuz und Wiesbaden-Meinser Straße 3 Kilometer stoppen der Wettbewerb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis Mitternacht zur Ampelabschaltung mit Sperrung der angrenzenden Umgehungsstraßen. Gut für jeden, der sich vorher mit Kaffee versorgt hat. Für alle anderen kommt der Song Bicycle Race von Queen.